auf den weg zu den nächsten beiden points bevor ich mich dann endgültig um den anführer der banditen kümmere da irgendwo soll noch zwei orte sein guckt ja mal da oben an ist ja auch eine kleine eigentlich sondern so sag ich mal eine schöne festung für die menschen beziehungsweise für leoparden bau da habe ich ja richtig bock drauf und dann da war auch noch okay kack sind wir mal da schön hoch und dann heute manchmal frage ich mich ich meine das ist ja nur geschichtlich so da ja 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 das ist ja das ist ja auch so sein erledigt aber ich frage mich mal so geschichtlich was zeigt eigentlich uns wünschen war gerade ich doof klinge und wie so ein bisschen hier oben so was hinzumachen ist ohne sollen oder hier auch diesen ich sag mal mini tempel allein die menschen massen also die die masse an menschen die das gemacht haben muss ne ehrlich wer weiß eigentlich nicht hier noch mal hochkommen vor allem das ist ja leider auch kein aussichtsbund ne das muss ich ja mal auch sagen also das hätte ich zum beispiel richtig gut gefunden wenn das ein aussichtsbund gewesen wäre wow Oh, auf. Über die Insel dahin. Vergessenes Vorratslager in E.B. Oh, auf. Okay. Oh, hier war es nicht, oder? Da. Oh, hier. das auch vor allem in eeve, in eeve einfach nur in eeve so, auf geht's einmal hier rechts vor links das habe ich gut angelegt, würde ich sagen hier kau ich doch in eeve rum das auch in eeve ich komme warte mal kurz dann habe ich ja hier herrlich da ist er schön nochmal den Pelz mitgenommen nochmal wie ein Foto machen naja, ist echt schlimm geworden bei mir hier muss es sein der Anführer ist in dieser Grabstätte bei den Göttern das ist sehr alt irgendetwas ist ungewöhnlich am Mauerwerk diese Zeichnung ähnelt denen auf Reißbogen machen wir mal die ganze Wand ne staubig Luft hier so, auf geht's wir erweisen dir die Ehre Meritaton Gemahlin des Königs von Ober- und Unterägypten des Herrn über beide Länder Anche Anche Ancheperu Ancheperu Semenchkare Cheser Scheperu Geliebte von Anton Ancheperu Re Nefer Neferuaton Tochter des der Nefotete Meritaton ist unsere Königin in diesem und im nächsten Leben Okay Ist nicht böse gemeint aber mit den Namen glaube ich Ach, das war der Entry da Okay Ist aber auch kein Kessel, ne? Für zum Anzünden zum Anzünden Vielleicht mal ein bisschen Licht, ne? Warum gibt es da noch einen Weg? Wir müssen zurückkehren. Wir haben eine ganze Grabstätte voll mit Schwarzstein. So, zweiter Tag des Paar in Amenhotep. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht essen. Es gibt nur jene, die vor uns kamen. Ich habe meine Männer genommen und wir werden nicht zurückkehren. Die Gemälde werden nie fertiggestellt. Die Hinschriften werden nie geschrieben werden. Denn nichts kann uns dazu bringen, in diesen von den Göttern verlassenen Ort zurückzukehren. Da ist nichts. So, wie ich das verstehe, ne? Das haben wir so natürlich nicht zugänglich gemacht, ne? Also, ich muss jetzt irgendwie... Also, ich muss jetzt schon, da hinzukommen. Okay. Das krieg ich hin. Hey, hallo. Gibt es denn hier die Steine? Also. So, wie ich das sehe? Aha. Okay. Okay, so rum. Okay, so rum. Wie kommen wir denn da hin? Ja, genau. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. So, dann haben wir das. So. Achso, okay. So läuft das. Ich muss erst mal drauf kommen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hey! Nichts. Wir sollten uns trotzdem vorsehen. Alter, wo geht das hier hin alles? Was? Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Er trug Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie ein Reißbogen. Es passt. So sollte es gehen. Nun ist die Waffe perfekt. Warum bist du hier? Kannst dich nicht ewig verstecken. Ich warte. So. Dann. So. dritter tag des mecha wir haben heute tiefer gegangen und etwas gefunden ich kann es hier nicht beschreiben denn wenn ich darüber nachdenke fühlt sich mein verstand mit träumen und fragmenten die ich nicht verstehe doch für mich steht fest dass sie mensch kare diesen ort nicht zufällig als letzte ruhestätte gewählt hat okay amon re beschützte seinen namen unserer leuchtende eminenz sie mich kare erster der wahren söhne herold der ältesten und verehrter architekt des ordens er der mich bat die heiligen schriftgründen zu sammeln auf dass wir sie ewig aus den gefällen der binsen beobachten können er der verstummen lässt was geheimes und beschützt was bekannt ist achtung feine des ordens denn er wird vor jenen stehen die vor uns kamen und sie werden ihn für würdig erachten sie anzubeten und ihnen zu folgen daher werdet ihr fallen ja dann wollen wir mal wieder zum glück neue tafel ja das war übrigens auch wo man ja nicht absteppen sollte ne schriftzeichen aus dem alten königreich in der fähigkeitsfreund so und wir kommen ja hier nicht lang ich wollte schon abhauen ich habe gedacht hier passiert gar nichts mehr aber ich will einmal kurz hier lang hier geht es jetzt einfach nur aus die haben keinen schatz also sind sie nicht wichtig okay gut oh jetzt sag mir nicht oh nie ne oh nie das ist natürlich nicht das was ich wollte das war jetzt wirklich nicht das was ich wollte hier Oh. Oh. Oh, das ist okay. Wenn das 2-3 Mal gemacht hat, geht es nicht. Dann geht das natürlich echt so, als wenn hier... Achso, hier war das Schriftstück. Entschuldigung. Als wenn das schon 20 Mal gemacht hat. Also sieht das auch schön flüssig und schön aus, ne? So. Was für ein Mechanismus soll ich aktivieren? Äh. Demopolis habe ich entdeckt. Okay. Ja, den sollten wir noch mitnehmen. Den da auch. Dürfen wir echt keine zurücklassen, ne? Ich glaube, die brauchen wir alle. Ich habe... Wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung.